Hm, schneller als keine Ahnung was. Die Prisen, sei Gott. Schön, dass du da bist, Reaper. Ja, oh Mikalul. Der hat schon Fantasy-Coins, 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 Agility, weg. Nochmal Agility, weg. Diamonds, weg. Stärke, weg. Stärke, weg. Fantasy-Coins, bleibt. Royalität, bleibt. Agility, weg. Teamwork, weg. Gifts, weg. Weg. Einmal noch. Gönnen. Gifts, weg. Gifts, weg. Dachte Pizza. Ha, ha, ha. Ha, ha. Gifts, weg. Kingdom. befürchten dass sie teuer werden aber ich bereite mich vor ich werde mich vorbereiten ich werde die besten eier öffnen so was von ich werde nicht mal überhaupt spielen denn ich will keinen grill als handy haben da spielst du auf dem ipad oder bist du auch übelst warm ja und einfach roblox aufladen lernfach roblox man kann nicht runterladen das ist natürlich scheiß sperre dann hackt das ipad dann kannst du alles runterladen browser geht auch nicht was denn das bin scheiß ach kann sagen es war schon so das ist wieder so warm einfach wieder zurückgeben ohja die fantasy coins boost spürt man das ist wieder so warm ja ich ich beide abgelehnt mit bonus 2,6 millionen das ist viel und ich habe eine höhere bonusschance wegen dem charm verzauberung diese kehring verdiener immer diesen ofenpizza schuldig vor das update kommt heute schon also entweder heute oder morgen schuldig ja 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 Und ich glaube, die nächsten Eier sind teuer. Teuer, teuer, teuer. Ich glaube, wenn man hier die maximale Anzahl an Fantasy-Cons erfarmt hat, hat man, glaube ich, gewonnen. Sally, danke für den Follower. Schön, dass du da bist. Okay, danke für den Follower-Cons erfarmt. Only Zubs can join my server. When you Zub, I can give you pets. Then you have exit to my server. And welcome. So, let's go. So, let's go. Vielen Dank. 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 Und sonst ist bei euch auch heute übelst warm wieder. Ein paar Sachen. Okay. 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 Oh, der Brunschminkt. ist lecker ganze zeit kein wasser und spielen weil ps4 macht probleme was denn für probleme bio 4 habe ich damals auch gesucht es wird bei mir nicht angezeigt dass du online bist weiß ich nicht vielleicht hast du die benachrichtigung nicht angezeigt zu not im disco server den dings die switch ping rolle bekommen dann wirst du auch immer informiert im disco server bei roblox keine ahnung vielleicht updaten aber ich musste heute ein update machen auf dem handy die ps4 ist das problem mbk es kann sein dass heute das update kommt oder wenn es heute nicht kommt 100 prozent morgen deswegen fahre mich jetzt erstmal genug damit ich dann die neuen eier öffnen kann in der tat ist eine tat die ein in der tat ein song brecher ich war wieder am angeben hier ich war wieder am angeben hier ein Bild. Alex, vielleicht hast du ja Bock, ein Stream zu teilen. Würde mich freuen. Ich brauche mindestens 75 Zuschauer, durchgehend. Dann kann ich mich für Partner bewerben bei Twitch. Die anderen Voraussetzungen habe ich schon längst erfüllt. Nur noch die 75 Zuschauer durchgehend. Und dann habe ich auch diesen süßen Bestätigungshaken als Partner. Partner, hast du mehr Funktionen und so? Und man wird gratis auf Twitch-Events eingeladen. Was richtig geil ist. Und man hat dann mehr Funktionen freigeschaltet auf Twitch. Und dann wird es Fair- mio-Statig. Und hier Store-Mr. Bünd acho geil ist. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Wir machen die Kissen wieder viel zu schnell kaputt. Viel zu schnell. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, der Bonus ist trotzdem noch wild. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Neue Person, das beste Pet-Team zu bekommen. Ah ja, wie gesagt, Update-Tag. Habe ich ja gesagt, ist immer Ausnahme. Da dürfen dann alle Leute auf meinen privaten Server. Also wenn Update ist, dann wird es für alle offen sein. Ich müsste mich einfach in Roblox adden. Ich habe immer noch kein Command mit Ausrufezeichen Roblox. Das muss ich mal einstellen. Bostorn, danke für den Follower. Ja, schon, dass was da ist. Was? Einfach so? Okay. Okay. BWK wieder im Boden glitschen. Gar kein Bock. BWK. 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 BWKing. BWK. BWK. Und ein piece. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, ich muss gleich was zu trinken holen, das ist absolut warm Oh, ich muss gleich was zu trinken holen, das ist absolut warm Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wow, 10 Da komm ich weit 700.000 sind schon gefügelt Reepa Ja, und einfach weiter sammeln So wie ich Einfach weiterfahren Bis das Update da ist Dann hast du gute Chancen Weit voranzukommen Erstmal quasi die neuen Welten kaufen Also die neuen Portale Und dann auch die besseren Eier öffnen Das hört sich so falsch an, wenn ich Eier öffnen sage Corny Was? Ist jetzt im Rochat aktiv? Funktioniert ja einwandfrei mit dem Emote-Chat Ich glaube, VIP haben Sonderrechte Und Mods auch VIP und Mods haben Sonderrechte Du kannst wieder den normalen Chat reinmachen Also nur für Follower Ja, nur Follower Wie es halt immer war Ja, dann deaktiviere den Emote-Chat Wenn du es deaktivieren kannst Gönnst du Jams? Was? Ich habe dich gefragt Du hast viel mehr als ich Du bist ja wieder ein Held Das war's an der Stelle wieder komplett Danke, Reaper Oh nein Oh nein Ich nenne mich jetzt Uzi Uzi, dank für den Follower Zweimal Dreimal Viermal 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 Nein, das übertreibt mich Fünfmal Eins, zwei, drei Eins, zwei, drei Ich mache einen Lanke Korni Nee, einmal reicht Hi Das war dir ja vorher Vorher eine Nachricht Die mir dann nie hier angezeigt wird Korni Von wo hast du auch zu viele Weizenkörner? Wie Vorteil Ähm, nur SAP-Leute können meinen Server beitreten Aber mit Ausgutzeichen DC kannst du gerne meinen Discord beitreten Ähm, Corona Danke Was? Geh un Geh un Zeit Reaper, jetzt reicht's Reaper, du hast Korni-Verbot Chat, ich werde kurz Ähm Was zu trinken holen Ihr möchtet, jetzt kommt eine 50-Sub-Bombe Ja, moin Erstmal alle Tiere losgeworden Bis gleich Ich werde kurz Ich werde kurz Und ich werde kurz Schönen Was ist Vielen Dank. Vielen Dank. Lippa hat Spaß, nichts verpasst, weg ist es. Familienfreundlich. Nein, Rippo. Nein, Rippo. Nein, Rippo. Nein, Rippo. Erstmal ein Korn-Fettings können. Kappa. Oder ein Korni-Riegel. Unerwartet, ne? Nein, Rippo. Nein, Rippo. Was soll ich mit 300 Millionen Fantasy jetzt machen? Einfach aufheben. Reaper ist so. Ich mein, ich hab auch gleich 400 Millionen. Sorry, wenn man nicht aktiv ist, dann kann man auch kein Moderator werden. Ist so. Ist so. Er war ja der Oberhammer. Er war ja der Oberhammer. Und mir nicht. Achso, ich hab's glaub ich deaktiviert, dass man mir direkt nachher schreiben kann. Alter, wir haben gleich die 1000 Chests. Wie viele Dings bekomme ich, wenn ich die 50.000 Champs, da seh ich mich. Guck mal, ob Twitter irgendwie eine Benachrichtung gegeben hat mit Big Games. XBOX, Twitch, MIMI, OnPoint, Twitch, ne sonst nicht, Lemmy. YouTube Kommentar mal wieder. Nur weil das zweite Video auf viral geht, Kappa. Die YouTube Shorts Funktion ist einfach die beste Funktion gewesen. Da hat der YouTube Algorithmus absolut zugeschlagen. Zweimal schon. Bild. Aufrufe und Abonnenten, Big Stones. Ich liebe TikTok. Ach. Jugend genommen. Ja. Viel zu schnell die Gäste kaputt. Ich war es nicht. Ich bin einig. Ich bin einig. Ich bin einig. Ich bin einig. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Aktuell haben wir ja über 1870 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kann man mitzocken, nur Sub-Leute können mitmachen. Sub-VIP-Moderator und Discord-Booster können mitmachen auf meinem Server. Bei einer 50-Sub-Bombe bekommt derjenige meine ganzen Pads. Aber mit Ausrufezeichen DC kannst du gleich mal in Discord beitreten, würde mich freuen. Das ist Abdeckon 14 Uhr oder 14.30 Uhr, ne, Uhrzeit ist unbekannt, außer ich, die haben noch was getwittert, ne. Boah, das Update ist schon da und ich bemerke es nicht. Und bin immer noch auf dem, die unupdateten Server. Ja moin. Ne, wenn, dann würden sie auf Twitter schon pauseln, dann würde ich es mitbekommen. Na ja, stimmt, auch wieder recht. Da, Charles ist immer ein Typ. Immerhin einer, der hier mitdenkt. würde es nicht ergeben, ja. 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 Hast du vielleicht dein Prime noch übrig oder schon verwendet für diesen Monat? Nein, der andere Jussel. Mit der Krone. Ich muss diesen Monat noch frei sein, weil ich den letzten Monat eingegeben habe. Ah, okay. Also, ist frei oder noch nicht frei? Vielleicht hast du ja Bock, den bei mir einzusetzen. Dann hast du auch Zugriff auf den Server. Du würdest mich damit ultra supporten. In ein paar Tagen... Ui, Memo. Wild. In diesem Moment, wenn der Zocker 2 immer noch Platz 1 bei den Bits ist. Und Reaper bestimmt kurz davor ist, auf Platz 1 zu werden. Aber Leon holt auch langsam ein, ne? Auf Platz 3. Du müsstest es eigentlich irgendwo sehen können. Ich glaube, unter meinem Profil bei Twitch müsstest du eigentlich eine Tabelle sehen können. Da siehst du dann die platzierten. Also unterm Stream. Ja, ich habe VIP. Ich habe mich auch bei Big Games, den Entwickler von Pet Simplator, beworben als Creator. Aber irgendwie habe ich immer noch keine Antwort bekommen. Es sind schon vier Wochen vorbei. Als Creator habe ich dann schon frühere Zugriffe auf die neuen Sachen. Ich glaube, du kannst wieder abholen. Nice. Also VIP und 15 Pads empfehle ich auf jeden Fall. Lohnt sich. Aber ich glaube, bevor man die 15 Pads equippen kann, muss man erst die 8 Pads holen, glaube ich. Ihr müsst bedenken, die 15 Pads sind nur begrenzt, ne? Also begrenzt verfügbar. Ich gehe mal mit Ihnen. Okay. 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 Vielen Dank.